Hallo, ich fahre gerade mit dem Vido. An Jean, natürlich. Loman, ich war mein Erster. Der Erster ist. Er lebt heute nicht viel. Ich fahre auf dem Park von Prostis. Aber wenn ihr heute könnt, dann geht es vielleicht noch ein Unboxing. Für uns in der Kompetition. Da war ich mir noch für den Tisch. Ich habe einen guten Scrub gemacht. Hier haben wir vier Mengen Tannen. Gefällt dir nur. Wann könnte ich die erste Schicht Tannen drauf? Das weiss ich natürlich auch. Ich weiss nicht, wie ich geteint gehe, weil das nicht plackst du. Ich weiss nicht, aber vorher, nachher, wie das ausgesagt. Ja, wichtig bei so einem Scrub für einen Tannen, was auch von der Louis-Spray-Tannen machen geht, dass du keinen Fett mehr dran hast. Das ist nicht wirklich ein Scrub aus, ohne Fetter. Dass du nicht auf die Haut läst, weil das kann den Tannen nicht heilen. Fert. Jetzt steht die Haut nach oben. Ja, ich war ja nur auf dem Velo. Ich gehe da nur noch eine Tür trappeln. Ich trappel einfach. Ich trappel einfach. Ich trappel einfach. Ich trappel einfach, wie so ein Painting an der Cactus. Ich spreche nämlich nach Gesichtswäsche. Ich schüsse nach Scrub, für das Gesicht zu wäschern, und all das zu scrubben. Das ist auch nicht gut. Ich meine, weil ich eigentlich sehr, für mein Gesicht ganz proper zu kriegen, von dem ganzen Make-up. Ja, und dann, als man die Karte für die Haut tue, das werde ich halt noch machen, als Cheesecake Cookie-Doo. Das filmen ich erst auch auf, aber das kann aber in einem separaten Video, weil... Ja, das gehen die dächliche Fragen, die gehen uns zu lang, und ich wollte einfach vielleicht Rezepte hier. Alle beiden in einem. Ich weiss nicht, es ist aber ein kleines Vierschau, wie das ausgesagt. Die Schmerz kann ich erst nicht so, und es kann ich erst nicht so, sondern es so. Aber das wird ja schon gut schmecken. Wollen Sie mal, das Cookie-Doo und das Cheesecake, also kannst du es gut gehen. Voilà, das ist nun mal Haut der Moyen von meiner Seite. Wie gesagt, ich meine erste, ist, ähm, Hunger. Ah, ich habe schon all der Hunger, und schon 24, 24, 27, das ist schon von was jetzt ist, ich habe Hunger. Ja, am schlimmsten, dass ich noch Diät. Ja, so ist das. Wir, wir haben durch, gesie, gesiecht, gewiescht fällt all der, all der. Ich lasse noch von einem Mann in der Sonne 1,5 Kilo auf. Das ist auch viel durch das Wasser. Manchmal muss ich schneller 1 Kilo mehr, weil ich 10 Liter trinkt, und dann, äh, also 1 Kilo auf. Das ist gut. Ich rechne immer noch nach locker, 1,5 Kilo bis vielleicht 1,5 Kilo bis 1,5 Kilo bis die Sonne. Aber schon nicht okay. Voilà, so viel dazu. Ciao, ciao. So, wir kommen meistens nach dem Day. Ich hoffe, ich denke, ich konnte ein paar recuperieren. Alle hoffen, ich passe mal nicht meinen Fanger zusammen. Ah, das fährt schon. Ich glaube, sie sind schön für Abbühne. Ui, ich weiß nicht, Resultat. Mein Fanger lieber noch. Ah, mein Schuh sind schön. Da müssen wir das gut draschen. Die gehen heute nicht mehr an. gut drühen. Okay, du fehlen nur vor Platz in den Stein. Da je. Da je. Da je. Ah, du fehlen doch noch. Ah, das ist okay. Ich muss sagen, ich sehe, das ist toll. Danke. Ich meine, klar, die in der Geschichte ist okay. Ich habe euch auch eine fehlende Nachtswege, seitdem einfach lohnt. Ich bestelle mir doch über Internet für die nächste Kompetition. Das war im Komplatt-Sinn. Coming Babies. Sonst sehen sie einfach noch gut aus. Trotz, dann der Plastik ist nicht verfirbt. Tschüssi weg, Frau. Ja. Ja. Da sind sie schon. Da sind sie Ich bin in der Die Karte. Ich bin in der Gestein. Das ist usan. Ich bin in der Karte. Das ist sehr, sehr. So, den Tanz ist Wir haben noch einmal mit dem Kouch geschwäht Für Deplom D'Attack Für die nächste Zweite Und Ja, hat gesagt, gut aus Ich kann uns zufrieden sehen Ich habe gesehen, dass ich ein Snaken habe Ich habe gesehen, dass ich die Form gemacht habe Das ist ein Plom D'Attack Dazu zählen Sie mich in der Kompetition Auf jeden Fall sind Sie absolut froh Sie sind gespannt Ich freue mich auf die Bühne zu klammen Ich bin ein bisschen nervös Nein, aber sie hätte können Ja, weil es Leute verwiesen Ich sage, dass sie noch zweimal schlafen Dann machen sie so weit Ich klammste die Bühne Das geht so geil Das geht so geil Sie sind wirklich froh Und sie sind froh über die Verbesserung die ich machen kann an den Plomains von der letzten Kompetitionen Und sie sind auch richtig froh Für dann eine Feierwoche Nein, ich glaube die Bühne zu klammen Und ich weiß dass eine Feierwoche wahnsinnig Sachen draus sind Weil in dem hat man der Zeit einfach noch gesagt Wie viel Eine kurze Zeit ran Also Anschließend ist eine Feierwoche Wenn man noch in viel besser Form wird tun wie Lohren Ja, das geht gut Was ist das so? Das geht gut Das geht gut Oh, das ist auch mal Guten Tag Vielleicht ist es mal am schlechten Tag wenn man das gesehen hat Nein, das ist auch mal Guten Tag So So Du hast gesagt Lass uns erst Ich gehe nach Hause mit dem Wallis Pack Für die Sonden Ja, ich gehe mit dem Wallis Ich werde dich auch morgen kurz weiß was du alles dran hast was du denn alles braucht für den Konkur Ich muss alles matt holen Und Ja dann Ich sehe dir ein bisschen was für eine Organisation die du hattest Und das ist... Halt, weil ich meine erste Schicht tanne Ich habe das noch einmal geteilt Da wünsche ich euch natürlich auch noch einmal mit mir Dann gehen wir mal zu Hause Die Wannis packen, den Vlog fertig machen Dann muss ich schlafen gehen Wenn wir morgen im Finnebauer muss ich abschlafen zu essen So viel kann ich euch verraten Es gibt als Frühstück, wir wollen Weiße Fisch Ich bin gelass Weiße Fisch Nach Weißkirchen statt Ich habe eigentlich gehofft, dass es nach Weißkirchen ging Ich habe so viel Wien von vielen Lungen in der Haut Ne, dem war nicht so Ungefähr weißer Fisch Das ist ein leckeres Frühstück Vielleicht film ich euch einfach mal mit meinem ersten Hof Ne, das ist jetzt hier bestätigt nämlich den ganzen Tag Was war das? Wir sehen euch nochmal in der Raum Ich wünsche euch einen schönen Tag Und ganz viel Spaß Ciao!